Dadurch, dass natürlich jetzt die Preise steigen und die Politik sich dafür entschieden hat, teurer Sachen einzukaufen, also teurer Gas und Energie einzukaufen, wird natürlich alles andere teurer. Und wen trifft dann diese Teuerung? Menschen, die zum Beispiel sich kein Eigentum leisten können, sondern die mieten. Es wird ja da auch teurer. Ist ja nicht so, als wenn du Eigentum hast, werden ja die Navi als Kredite, das wird ja auch teurer. Ja, der Leitzinn steigt, bi-ba-bo. Es geht nämlich nicht nur darum, dass du, wenn du mietest, jetzt teure Kosten hast, sondern es wird einfach alles teurer. Es ist einfach, es ist egal. Und jetzt schaut es danach raus... Die Grundbedürfnisse des Menschen, was Leben wird teurer. Auf das Worte hinaus. Es wird vor allem auch ein bisschen unerträglicher für eine gewisse Einkommensschicht, weil irgendwann einmal es dann einfach vorbei ist mit dem guten Leben. Aber jetzt ist es ja so, dass der Finanzminister sich wahrscheinlich jetzt schon die Hände reibt, wenn im April die Mieten angehoben werden und er dadurch sein Schuldenproblem noch ein bisschen mehr bearbeiten kann. Ziel des Finanzministers heuer ist, jedenfalls weniger neue Schulden zu machen. Das Problem ist nur, was machen dann die Leute, die in diesen Wohnungen sind? Wir schauen uns dazu jetzt kurz nochmal einen Servus-TV-Bericht an. Ein Gespenst geht um in Österreich. Der Mietenschock. Jeder Dritte, der in einer privaten Mietwohnung lebt, befürchtet Zahlungsprobleme bei den Wohnkosten. Das sagen neue Zahlen der Statistik Austria. Das sagt auch die Mietervereinigung. Die Termine sind mittlerweile bis weit in den April hin ausgebucht, weil die Menschen einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und da kommen ganz, ganz viele, die sich bisher empfunden haben, als in der Mitte der Gesellschaft stehend. Etwa 300.000 Haushalten droht bereits im April eine saftige Mieterhöhung. Um durchschnittlich 490 Euro pro Jahr. Denn ihre Mieten sind an den sogenannten Verbraucherindex gekoppelt. Vereinfacht gesagt an die Teuerung. Und die lag im vergangenen Jahr offiziell bei plus 8,6 Prozent. Die Arbeiterkammer bringt daher eine alte Forderung neu auf den Tisch. Die Mietpreisbremse. Wir wollen, dass einmal im Jahr, nur einmal im Jahr, die Mieten um 2 Prozent steigen dürfen. Und zwar so lange, bis es eine große Mietrechtsreform gibt. Frankreich, die Schweiz und auch Spanien haben so eine Mietpreisbremse. Die Erfahrungen sind zwiespältig. Mieten sind weniger stark gestiegen. Wohnungen wurden aber auch viel schlechter instand gehalten. Es wurde weniger gebaut und am Ende gab es zu wenig Mietwohnungen. Vor allem Österreichs Privatvermieter weisen außerdem darauf hin, dass auch für sie alles immer teurer wird. Dass die Mieten steigen, lässt sich nicht verhindern, weil die Inflation einfach da ist. Es sind die Erhaltungskosten gestiegen um circa 17 Prozent. Es sind die Zinsen gestiegen. Und es steigen die allgemeinen Kosten auch in den Lebenskosten des Vermieters. Die schwarz-grüne Regierung denkt inzwischen aber über eine Gesetzesänderung nach. Auch wenn sich der Finanzminister heute bedeckt hält. Die Gespräche laufen, den würde ich jetzt, wenn Sie erlauben, nicht vorgreifen. Ob die Regierung an die Mietpreise herangeht und falls ja, wie, bleibt einstweilen also ungewiss. Viel Zeit ist jedenfalls nicht mehr. Falls keine neue Regelung kommt, kommt im April die Mieterhöhung. Erklär es mir ganz kurz. Für was ist es jetzt schlecht, wenn eine Mietpreisbremse kommt? Für wen ist das schlecht? Für den Vermieter. Ja, für den Vermieter. Aber das ist der einzige Nachteil. Naja, es kann natürlich auch sein, dass wir dann in Österreich, ich meine, Sie haben es jetzt natürlich nur auf Europa bezogen, aber das dann zum Beispiel... Es werden weniger Wohnungen vermietet. Nein, nein, das Schreckensszenario ist, dass wenn dann die Mieten nicht steigen dürfen, dass der Vermieter dann sich nur weniger um die Wohnung kümmert. Ja, was tut dann schon der Vermieter? Also es ist ja, ich weiß nicht, es wird so suggeriert, dass wir der Vermieter dauernd bei meiner Wohnung aus- und eingehen und schauen, ob es zum Streichen ist und die Fenster austauscht und das Glühbirn austauscht. Das tut er sowieso nicht. Es muss mir jemand erklären, warum man eine kalte Miete um 8% erhöhen kann. Eine kalte Miete, ohne dass in diesem Haus etwas investiert oder verbessert worden ist. Das ist einmal Punkt 1 und das Zweite, was Sie dann sagen, ist, ja dann könnte es natürlich auch sein, dass weniger Mietwohnungen gebaut werden. Ja, Gott sei Dank, das ist nämlich der nächste Punkt. Schaut es aus über dem Fenster, es ist überall Leerstand. Es ist überall Leerstand. Und nämlich auch für Wohnungen, das sind alles Schuhschachteln. Das ist sowieso das Beste. Es wird alles aus Plastik zusammengebaut und dann solltest du auch noch die Miete zahlen ohne Ende, dass der Vermieter, ja die Lebenskosten des Vermieters sind so angestiegen. Deswegen darf man das nicht machen. Es zahlt sich nicht mehr aus, irgendwas zu vermieten. Was wüssten von mir? Das ist ja das Allerwitzigste, wenn dann die Vermietervereinigung sich hinstellt und sagt, nein, es steigen ja für alle die Preise. Das sind sicher, die Ärmsten der Armen sind die Vermieter. Ganz sicher, ja genau. Also wenn man sich die Sanierungsquote in Österreich anschaut, trotz grüner Regierungsbeteiligung, dann ist die auf einen Rekordtief. Ja, dann kann man sich das einfach nicht mehr leisten vermieten. Vielleicht ist das ganze System zu teuer. Hat vielleicht an das schon mal wer gedacht. Vielleicht muss man generell zu viel steuern zu einem für den ganzen Schaß. Die Leute wollen nur leben. In anderen EU-Ländern liegt die Teuerungsrate weit unter der unseren. Das liege daran, dass Österreich keine Preisdeckel eingeführt hat, sagt der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts. Wenn man mit Hilfe von Regulierung oder mit Preiskontrollen eingreift und dem Bürger sozusagen vorgaukelt, das wäre eh alles billig, dann folgen eben nicht die wirtschaftlichen Reaktionen, die es darauf bräuchte. Also verändertes Verhalten, einsparen bei der Energie zum Beispiel. Und daher haben wir immer gesagt, lieber Finanzhilfen geben, möglichst treffsicher. Darüber kann man streiten, ob das immer gelingt. Aber Finanzhilfen an die Menschen, damit die sich mit den hohen Preisen zurechtfinden, aber nicht an den Preissystemen selber herumdoktern. Um das geht es. Ich will mir das gerade anhören, wer da mehr zahlt und wie viel der Finanzminister einnimmt und wie arm die Vermieter sind. Ich möchte nur erinnern, dass die Menschen leben müssen. Und das ist nämlich auch so geil. Das ist nämlich das mit dem Eigentum. Ja, da kauft ihr halt Eigentum. Nein, ich kann mir kein Eigentum kaufen. Ich habe keine 500.000 Euro. Ich kriege auch keinen Kredit. Und was weiß ich, 200.000 Euro, wie auch immer. Die Armen müssen mieten. So ist es. Und die haben kein Geld, die leben vom Hand in den Mund. Genau. Wenn ich habe 120.000 Schilling im Monat, ich bin unser Herr Minister, dann ist mir das Wurst, ob ich das Brot koste 15, 20 Schilling. Ich weiß das gar nicht. Ich weiß, ich kann nur fressen einen armen Monat, der Schnitzel. Aber der frisst es alle Tage, der Herr Minister. Traut ich aber mal. Und das ist jetzt das Spannende. Wir sind da jetzt in einer Situation, wo die Schrauben immer stärker angezogen werden. Und in dem Moment, wo man dann zum Beispiel sagt, wie wäre es, wenn man vielleicht einmal an der Ursache, an der Wurzel ein bisschen arbeitet, dann ist man natürlich rechtsradikal. Und man wundert sich dann natürlich auch, dass jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch letztens wieder an Podcast gehört, die Leute wundern sich, dass jetzt Parteien wie die FPÖ jetzt wahnsinnig den Zuspruch haben und jetzt in den Umfragen auf Platz 1 sind. Österreichweit ist die FPÖ in der sogenannten Sonntagsfrage, also in Umfragen zum potenziellen Wahlverhalten der Österreicherinnen und Österreichern, nun seit ein paar Wochen erster. Dass ausgerechnet die FPÖ in Österreich im Moment so ein Erfolgskurs fährt, das ist doch ziemlich erstaunlich. Ja, wie geht denn das? Und ich denke mir einfach nur so, habt ihr die Nachrichten nicht verfolgt? Weißt du, diese eine Partei, die hat sich halt jetzt in der Opposition damit beschäftigt, Ursachenforschung zu betreiben und zu sagen, naja, wenn wir ein Problem mit der Energie haben, kommt man so etwas wie eine Grundversorgung bei den Energieversorger anmelden. Das ist die einzige Partei, die das wirklich durchdruckt hat. Es ist geltendes österreichisches Gesetz, dass jeder in Österreich das Recht auf Grundversorgung hat und das wird Ihnen von allen Energieanbietern in Österreich mehr oder weniger einfach untersagt und alle schauen zu. Einzig Kärnten hat auf Druck der Freiheitlichen das jetzt, und das ist wahrscheinlich dem kommenden Wahlkampf in Kärnten geschuldet, eingeführt und auf 13 Cent gesetzt. Man muss sich nochmal überlegen, die normalen Stromproduktionskosten, je nachdem was sie gerade produzieren, liegen zwischen 2 und 5 Cent, ob Wasserkraftwerk oder sonst was. So, wir haben aktuell Preise von 40, 50, 60 Cent. Und das ist das Ergebnis eben Ihrer Gesetzgebung von Oktober, wo alle Stromanbieter, alle in Österreich die Preise ganz massiv erhöht haben. Was ja logisch ist, nachdem der Steuerzahler, der Staat, wir alle 30 Cent pro Kilowattstunde den Stromerzeugern mehr oder weniger in die Tasche schieben. Die SPÖ hat es übrigens auch versucht, aber ich glaube, da sind die Leute noch ein bisschen sauer, dass die SPÖ beim Impfpflichtgesetz dabei war und sie einfach das dieser Partei nicht verzeiht. Und die Leute sitzen in der Redaktion und dann denken sie, warum schafft es die SPÖ nicht, warum ist die FPÖ so stark, dann wird es alle rechtsradikal. Nein, es ist nämlich nicht dieses Rechts-Links-Thema, sondern es ist eigentlich dieses von unten nach oben-Thema. Die Bevölkerung hat es mitgetragen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt rückblickend mich für, was auch immer, entschuldigen sollte. Aber wenn man sich zum Beispiel das Ergebnis der niederösterreichischen Landtagswahlen ansieht, würden Sie denn heute auch noch sagen, dass die Wiener Bevölkerung vielleicht analog zur niederösterreichischen mit den Corona-Maßnahmen zufrieden war? Also ich glaube, dass die Wiener zum Großteil nicht in Niederösterreich abgestimmt haben. Also den Zusammenhang verstehe ich jetzt gar nicht. In Niederösterreich war ein wesentliches Wahlmotiv, wie einige Politikexperten sagen, die Corona-Politik ganz generell. Da ging es dann um Maßnahmen wie etwa den Lockdown für Ungeimpfte oder etwa auch die Impfpflicht, bei der auch die SPÖ mitgestimmt hat, das hier auch befürwortet haben. Hat man da nicht eine gesellschaftliche Spaltung herbeigeführt? Ich habe keine gesellschaftliche Spaltung herbeigeführt und der Bürgermeister auch nicht. Wir haben einen Weg gegangen zum Schutz der Wiener Bevölkerung. Und die Wiener Bevölkerung hat in vielen Gelegenheiten uns das Feedback gegeben, dass sie es mitträgt. Aus den Motiven waren die Niederösterreichischen andere, aber wenn, dann hat die ÖVP das größte Problem, weil die hat, glaube ich, ein Minus von 10 Prozent in dieser Fragestellung. Und ich habe keine Ahnung, was die Motive der Niederösterreicher sind, aber die haben auch sicher nicht abgestimmt über die Wiener Covid-Politik. Also wenn, dann haben sie wohl über die Maßnahmen in ihrem Bundesland abgestimmt. Ja, schon, aber sie haben ja die Impfpflicht mitgetragen, die war, nun ja, kein durchschlagender Erfolg. Nein, rückblickend war das eine falsche Entscheidung. War ein gutes Beispiel für Zickzack-Kurs, aber die Bevölkerung weiß ganz genau, wer die Impfpflicht vorgeschlagen hat und weiß, dass das nicht die Sozialdemokratie war. Ja, ich habe gewartet, bis jetzt die Impfpflicht ansprichst, aber wirklich die Leute, die sagen, ja, es gibt es ja nicht, dass so viele Leute die FPÖ gewählt haben. Ja, Alter, durch die Bank haben sie für dieses Gesetz gestimmt. Wir haben eine Situation, dass bei uns das Thema Impfen, das Thema Impfpflicht, unglaublich kritisch gesehen worden ist. Wir haben sehr geringe Impfquoten und wir sehen einen Zusammenhang mit geringen Impfquoten und mit großen Verlusten. Das müssen wir ernst nehmen. Ich stehe auch nicht an, zu sagen, dass die Einführung dazu mal als die Impfpflicht ein Fehler war. Vor allem die NEOS, die SPÖ, die ÖVP, die Grünen sowieso, die haben alle gesagt, nein, wir müssen da jetzt mitmachen. Und ich denke mir so, nein, das waren, nein, wir müssen nicht. Und so wie du sagst, weil das sind nämlich auch sehr bezeichnet, es gibt diverse Krisen, es gibt diverse Krisen, man kann doch nichts tun, man kann doch nichts tun. Und wenn dann eine Partei oder Journalist, wer auch immer, dann sagt, okay, dann nehmen wir diese eine Krise her, wo könnten wir da jetzt ansetzen, dass wir was verändern? Wie zum Beispiel Ukraine-Krieg, dass man sagt, okay, das wird ja zu teuer wegen den Sanktionen, schauen wir, dass wir da was machen. Ja, das geht natürlich nicht. Dann bist du wieder Putin-Versteher. Das ist ja das. Das sind diverse Krisen und wenn man dann genau hinschaut und sagt, ja, ich möchte da und dort, hätte ich eine Idee, natürlich darfst du nicht, geht nicht. Das ist eine Phantom-Diskussion, die man hier führt. Und nachher tun es wieder so, Entschuldige und nachher tun es wieder, wir haben nichts gewusst. Wir haben nicht gewusst, dass wenn man die Kinder lang daheim einsperrt und nicht in die Schulschicht, dass das nicht gut ist. Nein, das haben wir alles nicht gewusst. Wir hatten ja keine Wahl. Ja, wir haben ja nicht gewusst, dass es nicht so gesund ist, dass man zocken geht mit der Maske draußen, dass man draußen um Radl fahren, eine Maske. Das haben wir damals nicht gewusst. Jetzt wissen wir es. Es tut uns auch sehr leid, aber da kann man jetzt nichts machen. Das waren damals auch schon diverse Krisen. Man hat sich ja damals in einer Krise wegen anderen Krisen nicht auf die Krise konzentrieren können, sozusagen. Und zahlen und ausbaden tut es der kleine Mann. Wie reicht es? Ich habe schon einen Barschein hier, aber so einen Barschein, wenn ich nicht und bei mir kriegen, ist auch keine Stimme, keiner. Weil heute streiten sie und nach die Wahlen sind schon alle Tare, wenn sie beim Heiligen sitzen, fressen und saufen, um uns zu kohlen. Dann sind sie die dicksten Haverer, die Arschlöcher. Ich will nicht, dass ich so rede, aber es ist wahr. Ja, und das Geile ist nämlich auch das, dass sie natürlich auch die Politik denkt, was machen wir denn jetzt? Was können wir denn jetzt in die Nachrichten bringen? Und dann gibt es die große Veranstaltung, dass unser Kanzler wieder einmal nach Brüssel fährt. Und da glaubt es ja, er kann jetzt mit einer großartigen Zaundiskussion irgendwas im Inland als auch im Ausland irgendwas gewinnen. Der hat noch nichts zusammengebracht, der Kanzler. Seitdem er Kanzler ist, hat der noch nichts zusammengebracht. Der steht auch nur in Kritik, der Nehammer. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Kein Ende der schlechten Nachrichten für den Bundeskanzler. Nach Tirol verliert die ÖVP auch im schwarzen Kernland. Dabei braucht Karl Nehammer dringende Folge, um für die ÖVP den Kanzler weiter zu sichern. Und das Geile ist, auch jetzt in der ganzen Berichterstattung, er stellt sich hin und sagt so, naja, das ist mit dem Zaun und da kommen wir nach und denken dann so, was? Waschendrahtzaun? Ich weiß nicht, was du meinst, ja? Waschendrahtzaun in the morning. Waschendrahtzaun. Late at night. Aber nein, das ist ja mal das Wichtigste für uns alle ist, dass wir in der EU uns hinstören und über den Zaun diskutieren wollen. Währenddessen alles andere zusammenbricht. Die Leute am Verzweifeln sind, die Leute nicht mehr wissen, was sie dann. Und er versucht sie dann profilieren und wundert sie, dass er in die Umfragen nach unten geht. Und jetzt sagen Kritiker, das Wort Zaun kommt nicht explizit vor. Wir sagen, es kommt auch nicht das Nicht-Zaun-Bauen vor. Und vor allem jetzt auch bei dem Bericht auch so spannend, wir denken über eine Mietpreisbremse nach. Es kann doch wohl nicht sein, dass wir übersehen, dass es so etwas gibt wie Ursachen. Es gibt Ursachen und dann kommt die Auswirkungen. Die Auswirkungen treffen immer die Schwachen, immer durchwegs. Und dann gibt es die Strompreisbremse, dann gibt es die Mietpreisbremse und dann gibt es die, ich weiß es nicht, den Klimabonus. Ich wollte gerade an den Klimabonus denken, weil ich mich jedes Mal immer so aufrege, wo man sagt, die Menschen in Österreich haben kein Geld, ich habe da eine Idee, ich habe da einen Klimabonus. Dann machen wir einfach ein bisschen teurer und damit kann man dann das ganze Jahr in Strom, das Gas und die Mieten zahlen. Nein, es geht sich eben nicht aus. Und das hat kein Minister, kein Journalist, kein Wissenschaftler kann das voraussagen. Nein, wir müssen es in zwei Jahren wieder anhören, wenn alles am Sand ist, wir haben das nicht gewusst. Weil zuerst reißen sollen die Gäste auf, ja ja, wollen, ha ha, einwand, die laden die Schwarzen, nicht, wie soll ich sagen, nicht, ja, nicht. So, dann haben sie es gewöhnt, dann kommt die Scheiße und dann fängt da zum Warnen, der Deput der Österreicher. Das allerbeste ist ja, das hat uns keiner gesagt. Das allerbeste ist nämlich dann auch das, wenn man dann zum Beispiel so etwas sagt wie Spanien oder Frankreich oder Schweiz haben das mit der Inflation relativ gut hingekriegt, dann heißt es wieder, ja, aber die haben ja wahnsinnig schlechte Arbeitslosenzahlen und ich denke mir so, alter. Wenn andere Länder uns zeigen, wie es geht, wenn Spanien und Frankreich einen Mietpreisdeckel von 2% einziehen, wenn die Schweiz die Mieten um 1,5% maximal zulässt, was eine Erhöhung betrifft, dann fragt man sich, warum machen wir das auch nicht in Österreich? Glaubst du, das ist jetzt das große Problem, dass wenn wir die Inflation drücken würden, dass dann die Arbeitslosenzahlen oben gängen? Das ist ja immer so. Kam ist ein Land, macht das Land das gleiche wie du und du findest es gut, sagst, schau, wie die das machen, Israel macht das so und Portugal macht das so, Schweden ist ganz bass, Schweden ganz bass. Und dann gibt es wieder Länder, die das genau umgekehrt machen, wo du dann sagst, ja, jetzt darf man dort nicht hinschauen, jetzt schauen wir da hin. Dann fragen, schauen wir bitte in die USA, schauen wir in die USA, wie gut es dort ist mit dem Gesundheitssystem. Die Menschen hier stehen nicht wegen iPhones oder billiger Markenklamotten an, sie warten, bis der Arzt kommt. Ich bin nicht versichert, ich habe zwar eine Festanstellung, aber ich verdiene nicht genug, um zum Zahnarzt gehen zu können. Wenn ich genug Geld hätte, würde ich mich versichern, denn ich habe ein Kind, das ich mitversichern würde. Aber ich habe es nicht, deshalb muss ich hierher kommen. Ja, ob die eine Spaltung haben zwischen Arm und Reich, ob die noch immer ein Rassismusproblem haben in dem Land, in dem freien Land, das wir haben, uns sagt man da, wir wollen da westliche Werte. Kein Mensch will in Europa so leben, wenn da alles ein. Ich habe keine Eurexen. Da wirst du nicht einmal auf Urlaub hinfahren eigentlich, aber gut. Ne, die Nordkoreaner, genau, das waren die mit Monsanto und Halliburton und Blackrock, genau, und Todesstrafe und Foltergefängnisse, das waren die Drecks-Nordkoreaner, genau. Ne, das waren auch die, auch die Amerikaner. Schade, dass das nicht alles die Nordkoreaner gemacht haben. Wir hätten jetzt so ein gut begründetes Feindbild, so eine schöne, begründete Nordkorea-Feindlichkeit und nicht diese vollkommen irrationale Amerika-Feindlichkeit. Was haben jetzt nochmal die Nordkoreaner gemacht? Ach so, eine Rakete getestet. Hallo? Wie scheiße ist das denn? Was mir so dem ganzen Thema noch einfällt, ist, was eh schon länger her ist, aber es war ja letztens vor langer Zeit der Außenminister von Indien in der ZIP und der Armin Wolf hat ihn relativ präpotent gefragt, wie das überhaupt geht, dass er jetzt in Russland Gas einkauft, weil das ist ja moralisch total ungut und der Außenminister von Indien hat einfach nur gesagt, Havi, wenn du wüsstest, wie arm die Leute bei uns sind, dann wäre da wurscht, was das mit der Moral auf sich hat. Reden wir über die indischen Interessen. Indien beteiligt sich nicht an den westlichen Sanktionen, sondern hat seine Importe aus Russland seit Kriegsbeginn verfünffacht. Helfen Sie damit nicht Moskau? finanzieren Sie damit nicht den russischen Krieg? Europa hat im gleichen Zeitraum sechsmal so viel Energie importiert wie Indien. Aber Europa hat seine Importe seit Kriegsbeginn dramatisch gesenkt. Indien hat seine vervielfacht. Nein, das ist eine Frage des Prinzips. Warum haben Sie nicht sofort am 25. Februar alle Energieimporte aus Russland abgestellt? Sie können nicht sagen, das ist unser Prinzip, aber wir machen das nach unserem eigenen Zeitplan. Ihr Pro-Kopf-Einkommen liegt ungefähr bei 60.000 Euro. Da sorgen Sie sich um Ihre Bevölkerung. Ich habe eine Bevölkerung mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 2.000 Dollar. Ich brauche auch Energie. Und ich bin nicht in einer Position, wo ich hohe Preise zahlen kann. Und ich glaube, es kann nicht die Strategie von Österreich sein, dass wir uns so runterwirtschaften, dass es uns irgendwann einmal dann so geht wie in Indien, damit uns das dann einfach wieder wurscht ist, woher wir unsere Energie beziehen. Weil jetzt können wir uns anscheinend moralisch noch entscheiden. Aber ich weiß nicht, wie lange. Spätestens im April, falls das mit der Mietpreisbremse nicht hinhaut, oder es vielleicht einfach irgendwer mal anfangen würde, sie an Ursachen ranzumachen. Wenn das... Ich weiß nicht, wie lange wir da jetzt noch zuschauen wollen, bis es dann wirklich clasht. Wenn man die Menschen ganz tief haltet, ihnen nichts zum Essen gibt, kein Geld, alle sind am Sand, dann passiert es, dass sie am Nachrennen wieder. Dann hat einer die Antwort, der hat wahrscheinlich radikale Denkweisen dann. Und dann hält man dann wieder die Hand, wenn es einem Land so schlecht geht. Und von dem habe ich auch Angst. Nichts funktioniert. Nicht mal der Füllfeder hat das angespitzt. Ich bin wirklich nur von schwachsinnigen, stupiden, unfähigen Nichtskontern umgeben. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten da hin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute! Bis zum nächsten Mal!